Hier seht ihr ein australisches Beef Shut Plate Stück. Ich habe es mal durchgeschnitten, dass ihr die Marmorierung schön seht. Geschlachtet wurde das Tier am 06.12.2017, heute haben wir den 24.03.2018, also gut dreieinhalb Monate im Vakuumbeutel gereift. Nach dem Einschweiß legen wir die beiden drei Stücke in ca. 51,9 Grad für 3-4 Stunden ins Sous-Vide-Wasserbad. Hier seht ihr das Fleisch einmal im Sous-Vide-Gerät. Nöte